Gut, du müsstest dann halt einmal durch die Portale gehen, damit sie bei dir auch markiert sind, ne? Muss ich. Hier redest. Ja. Du kannst natürlich einfach kurz lagern, weil ich hier gerade bis dahin... ...mitte in jede Richtung laufe. Das für geile Bäume! Oh, die Lila Grütze ist hier. Okay. Das ist der Baum. Ah, wir haben noch keine Soundkraft drauf. The Flower Outwards. Magic Wood! Magic Wood. Ja, Flowering Outward. Der Müll, 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 Müll. Magic Wood. Mikrofon Muted. Ich will so'n Baum haben. Mikrofon Activated. Ja. Alter Witch! Bist du denn bescheuert? Schon recht. Schon recht auch. Ich bin hier ne Witch gewesen. Oh. Man kann nicht sterben von Gift, ne? Auf normal weiß ich das nicht. Kann ich dir nicht sagen. Kann man nicht. Mach ich nicht. Aua. Geh weg Gift. Und gleich zacktot. Nein. Ich lebe noch. Schade. Magic Zeppelink. Grünes... Ach. Junge. Das grüne Holz, muss ich sagen, es hat was. Es hat wirklich was. Welches Picture Pack hast du drinne? Facts. Hast du Facts mit Zusatz für Life in the Woods, oder nicht? Ich glaube ja. Okay. Kamera lohnt. Zeig dir mal gleich das Magic Wood. Geh weg du blöder Garst. Geh weg du blöder Garst. Welche sind wir? Weitere Garst. Das ist richtig. Ich wünsche euch das Magic Wood. Au. Oh. Hat du auch Auge? Ja. Kann spazieren gehen. Egal. Kann auch Spaziergeher. Ist so. Ich vermute jetzt 99,9% bist du im Keller. Nein. In 1% bist du beim Kacken. Naja. Was ist unten? Nein. Was ist denn? Hinten an den Kisten. Na oben. Ja, aber dann sonst. Du. Hinter dir. Na und. Guck mal. Ja. Freu dich du. Ich bring mir Kekse. Ja und. Hat auch was. Na ja. Sieht komisch aus. Hat aber was. Sieht komisch aus. Hat aber was. Hier. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Wie du halt. Der richtige hier. Ja. 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 Dann haben wir in alle 4 Richtungen. Yay. Spinner ey. Was geile ist. Die ganzen Cobblestone Dinger ne. Ja. Marble Cobblestone und so. Das wird einfach. Wenn du einen Schild steckst. So einen normalen Cobblestone. Okay. Einen normalen geschilderten scheiß Cobblestone. incorporieren. Okay. Die Richtung. Scheiß sieht doch an, du scheiß Viech Oh, bist du behindert Wie ich, egal ist Nein, du Genau, du Aber der Garst halt Du hast ein Garst im Arsch stecken Du hast ein Garst im Arsch stecken Garst Ein Garst Garst, Garst, höh, höh Ach ja Geisterjäger, Geisterjäger, höh, höh Oh, Feuer Uga, uga, Feuer Vielleicht hat Feuer gemacht Feuer gemacht Vielleicht hat Feuer, Feuer gemacht Feuer, Feuer Feuer, 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 nicht ein Pokémon? Hm, hm Den wir so am überlegen Nein, nein Aber das ist nicht so ein kleines Schwein Nein, das ist Feuer, äh Das ist Poink Ne, nicht Spoink Äh, keine Ahnung Vergessen Das Spokey, irgendwie sowas, ne? Nein 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 Nee Aber Foifoil war, glaube ich, auch sein, irgendein Film Warte Ich schreibe man jetzt am besten Foifoil Wie du sprichst Wie du sprichst Quer durchgebuddelt überall Was, bist du jetzt in der Hölle, oder was? Ja Ja, irgendwo bei der Höh- bei einer Höhle, das Portal Wie behindert, ey Gut, ich buddel ja nicht hoch, oder so, ne? Ja, also Ja Bleib ja einfach da, sonst kann's auch irgendwann passieren, dass du einfach so ein Berg bist, so Ja Ist das... Okay So weit ist es gar nicht weg Nein, so weit sind die gar nicht weg, ne? Nö Ich hab jetzt immer so 130 Blöcke genommen Vor allem Da wo das Portal jetzt aufgetaucht ist, wo ich grad bin Da War ich schon in der Nähe Ja, aber so sparst du den Weg Das ist da, wo ich durch die Haie verreckt bin Ja, aber es sind Es sind fast 1000 Blöcke, ne? Die da dann halt Läuft Ja, klar Aber wir brauchen halt trotzdem neue Gebiete Ja, mach man halt dann noch der Ja, ja gut, du müsst jetzt halt die Hütte bauen, ne? Sagen wir mal Also so ein Ding da drum, und dann, äh Dann darf man weiter Du kannst halt durchs Portal ja durchlaufen In der Hinsicht Ja, ja, ja Du kannst das Portal durch und dann Halt nochmal weiter Erstmal die ersten vier Standardrichtungen Naja, klar Du kannst ja immer, immer, immer wieder weiter Wenn du nicht sogar später einfach ein Schienensystem machst Oh mein Ja Ne Mh, mh Nein Komm, hör auf Du brauchst für Hände Kompletten Bahnhof dafür bauen Es war klar, dass da irgendwas kommt bei dir schon wieder Mitten beim Wasser Das ist aber ein neues Gebiet Hier waren wir noch gar nicht Da, wo du jetzt bist, ne? Ja, ja Da, wo das lila Wasser ist Ja, genau Hier waren wir echt noch gar nicht Dann haben wir hier auch neue Herze Also ich war laut, Map war ich da sowieso noch nicht Sehr so scherzhafte Menschen, ne? Warum ist das nächste Portal auch schon wieder beim Ja, warum? Ja Ja Warum? Was? Ja, jetzt ist die Portal auch wieder beim Aber sie Das Oh, ich Das hab ich Das hab ich Ah Ich glaub ich such mir hier mal ne Stelle und stell da mal ne Query auf Im neuen Gebiet du hast Ja Landmarks hab ich auch noch Obwohl, das reicht eigentlich, wenn das Ding jetzt mal klein ist Keine Blöcke mehr dafür Na gut, dass ich nämlich alles dabei hab Haben wir Leim? Leim? Du meinst du Slime? Die grünen Zitronen Zitronen? Ach du meinst Lemon Ja, Lemon Ja, Lemon Die grünen Leim Oder keine Ahnung wie die ausgesprochen werden Du meinst die Limonen? Ja Ja, Lemon Ja, Lemon Nimm mich noch Melch Entwie Ja Ja, wir haben Doch, Limonen haben wir Ja Wir haben Zitronen Ah, da täuscht dich nicht Ehhh Mikrofon Muted Ich weiß nicht, weil ich noch alles getauscht habe Mikrofon activated Was hast du getauscht? Bei den Villagern Nächstes Portal Here we go Tod oder nicht Alles klar Neue Erze Mitten in der Höhle drinnen Was haben wir hier? Vieh? Feigen? Ja hier sind neue Erze Wir haben hier Feigen Hier werde ich auf jeden Fall gleich noch ohne Graben gehen Wir haben Feigen jetzt Hey Feigen Salz ist immer gut Das kannst du sowieso massenweise gebrauchen Und der Almond Was ist das denn? Almond Mal sehen Wurde ich auf jeden Fall noch mehr Steine Ah Headset Ah Ah Headset Was Headset Headset Kabel Unter meinen Füßen Oh Schlecht Oh Schlecht Das ist das Ich habe mich vorher Vielen Dank.